Jetzt habe ich gemerkt, ihr seid viel mehr im Internet unterwegs und ob ihr den Fernsehen habt, dass ihr den Lesen wollt. Das freut mich. Es gibt ja auch nichts Gutes. Mittag, ja. Wir lachen, dass das aus der Schule nach Hause kommt und fragen, was läuft denn da? Wir haben das auch die ganze Woche gemacht. Wir dachten, warum sie nicht aufladen? Wie viele Stunden ist das eine Woche? Ja, das sind zwei Tage. Was ist lesen? Was? Zwei Tage? Ja, doch. Wir haben uns auf eine Woche bezogen und wir haben von dem einen Zettel, den wir von Frau Wecklschi bekommen haben, haben wir uns bezogen mit den sieben Punkten. Also hier einmal der eine Punkt, Computerspiele, ist bei uns in einer Woche bei allen sechs insgesamt sieben, sieben und halb Stunden. Sieben und halb, ja, tschuldigung. Sieben und zwanzig und halb. Sieben und zwanzig und halb. Der zweite Punkt ist, ähm, was war der zweite Punkt? Ja, Fernsehen. Genau, Fernsehen und da sind wir alle sechs auf insgesamt 38 Stunden in einer Woche gekommen. So, dann haben wir den Punkt chatten, soziale Netzwerke und sonstiges Surfen im Internet, haben wir jetzt einen Punkt gezählt, da wir finden, das machen ganz viele gleichzeitig. Da sind wir bei 39 Stunden angekommen. So, jetzt sind wir bei Bücherlesen, da sind wir bei 48 Stunden in einer Woche. Und, äh, unser kleinster Punkt insgesamt ist einmal Radio hören, nämlich sieben Stunden in einer Woche. Bei allen sechs Stunden. Also ich glaube, äh, Energy war es öfters und Rempier. Rempier. Okay, vielen Dank auch an euch. Also könnt ihr ein bisschen genauer erklären mit Internet und so weiter? Ja, genau, ähm, also hier haben wir ein soziales Netzwerk und, ähm, da, naja, da hat einer drei Stunden, einer eine Stunde, eineinhalb Stunden, einer gar nicht. Also das ist ja auch immer besonders. Und, ähm, hier fällt halt beim zweiten Mal besonders stark auf, ähm, das ist Computer- und Videospiele, dass eigentlich die meisten, also einer spielt gar nicht und, ähm, zwei eineinhalb Stunden, aber der vierte, fünf Stunden durchschnittlich am Tag, ja. Ähm, der dritte Punkt ist Fernsehen, da fällt auch, das ist eigentlich, also die Spielfilmlänge an einem Tag ist ja eigentlich, äh, eineinhalb Stunden, aber nur einer guckt sozusagen regelmäßig jeden Tag einen Film. Und die anderen drei, naja, die gucken eine Stunde Fernsehen am Tag, das heißt, vielleicht gucken die dann keinen vollen Spielfilm, sondern die, äh, zappen eher, irgendwie, und, ähm, ja, und weiter. Und zwei lesen ungefähr eine Stunde pro Tag und zwei lesen gar nicht. Radio ist, äh, spielt nur bei einem eine wichtige Rolle und bei den anderen nicht so eine wichtige, außer bei einem, der hört im Autofilradio. Ja, das wäre ja auch schon fair. Ja, das wäre ein Auto oder so. Ja, das wäre mal interessant, doch. Also, da kann man vielleicht noch erkennen, dass, ähm, von den Farben, also, die gehören ja mal zu einer Person, ähm, dass es manche gibt, die jetzt grün, nenne ich es mal, ähm, die, äh, die, äh, die viel, die viel mehr mit Medien zu tun haben, als andere, hier zum Beispiel Orange hat, sehr wenig mit Medien zu tun, oder, ja, es zählt eben auch, finde ich. Gut, vielen Dank an euch. Ja, also, ähm, die meistgenutzten Medien waren halt Fernsehen und Internet, und im Internet war es hauptsächlich Facebook, MSN, SchülerVZ, halt sowas. Und im Fernsehen. Und im Fernsehen. Im Fernsehen war es, waren das hauptsächlich Doku-Soaps und Krimis und Unterhaltungs-Shows, Casting-Shows und sowas. Ähm. Und was am wenigsten genutzt wurde, oder teilweise auch gar nicht, waren, äh, Bücher, also Lesen, Videospiele und Radio wurde so gut wie gar nicht. Okay. Ich möchte, dass ihr was nicht verwundert habt, ich habe gedacht, ihr würdet viel mehr Fernsehen gucken. Und da, ich weiß, was ihr mit ihm, aber, das ist, war's nicht verwirrt.